Ich dachte, dass du viel mehr geben müsstest, aber... Die Regelung. Jetzt hau raus hier. Und der hat dann an der Uni Rostock irgendwie Rechtswissenschaften studiert. Jetzt. Ja, die erste Woche waren wir eine Ferienwohnung. Dieses Ebenerdige ist mir nicht bekannt gewesen. Wenn man 13 Jahre fünfte Etage wohnt, aber... Oh, aus! Aber jetzt... Alle Fragen sind oben, alles gut. Es ist zu viel vielleicht. Da ist Schwede, da setzt sich doch einer. Es ist doch keiner vorne richtig drüber. Jetzt! So ein Ding! Der war nicht schlecht. Du musst den Kühler fragen, das war der Chef da aber noch nicht. Oder? Der alte Kühe? Der ist... Er klatscht... Oh, der ist da von... Oh, 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 oh! Der ist ja ein Mittelfeldspiel gewesen. Schön! Der Einwurf! So, jetzt aber... Jetzt hau rauf! Oh, 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 oh! Kein Nicken, ne? Oh! Das war ein Nick, ne? Ein Einwurf! Ein Einwurf! Er hat doch schon die Pfeife im Mund. Ja, ja.